Oh, ich sollte Schmerz abnehmen, hab ich trinken ein bisschen. Hab ich gekostet. Das bin so meine Worte. Das ist, das ist... Alter, ich dachte, war ja auch eine Schmerz, okay? Hätte ich nicht gewusst, hätte ich an den Tag davor gekostet. Hätte ich das zuerst nicht. Das hätte ich nicht gemerkt. Jetzt kann ich hängen, Oma. Ach ja, ich muss ja noch meinen Vater hier anrufen. So. Ich würde es mal machen.